Das Feiern des Angriffs auf Israel werden wir hier in München jedenfalls nicht mehr dulden. Die unsägliche Palästina-Demo auf dem Marienplatz am Montag wird daher strafrechtlich sehr genau geprüft werden. Ich will nichts hoch. Ich bin sehr festhalten. Ich bin sehr festhalten. Ich bin sehr festhalten. Ich bin sehr festhalten.